aufnahme läuft denkt dann du hast das recht zu schweigen alles was du sagst kann und wird gegen dich verwendet werden gefällt gar nichts lustiges dazu ein z1 in uni hat die in 135 881 geschafft mit dem fahrzeug was ich habe ich muss da das ist schön das ist schön ich kann erst mal ich bin bereit bearbeiten renning junior wo kann ich hast du tutorials noch anders erzählt er dir nämlich nein ich habe ich ausgemacht das hatte ich vorhin ich komme ich nicht aus du hast leid ja ich habe das auf leid gesetzt leid hast du denn nur ich hoffe der spiegel ist weg ja du hast nur noch die runden zeit und ob deine reifen kaputt sind ja das reicht ja eigentlich ich habe noch die spielernamen an ich denke mal die sehe ich jetzt noch nicht aber ich denke du stehst hinter mir zumindest steht so ein monster truck hinter mir das ist noch 40 sekunden ich habe die kamera hier aktiviere ich habe die kamera so zentriert dass ich esventuramäßig aus dem fenster schau soll ich so fahren nein ok alles gedreht oh was für ein start nicht aus der bahn wo ist die hupen da steht ein name drüber und ein bild ich bin der mustang wie immer so ich dachte du meinst jetzt du weißt ja gar nicht ob du das warst das könnte ja auch die kai sein die mich da aus der wahn geschoben hat wenn du das alle einfach weggeschoben ok neue regel du darfst kein auto mehr nehmen was doppelt so groß und schwer ist wie das von von allen anderen nein aber falls du disqualifiziert bist hilf dir das nicht viel kämpfe gerade um den achten oh die linkskurve brauchen wir jetzt auch ein mustang der fährt besser als du ja das werden die meisten hier ich bin auch da gerade dabei ein bisschen wieder kacke ich wollte schon behaupten aufzuholen aber das hat sich gerade erledigt ich bin keine Ich bin direkt hinter Dennis. Dennis, Eder und weiter weiß ich nicht, der Name ist gerade ausgeblendet, wenn man zu nah kommt. Oh, den habe ich schön abgedrängt, hupsi. Dieses Zusammenstoß regelt, müssen wir mal ausstellen. Ich dachte, wir fallen jetzt noch klar. Kein Kontakt kannst du nicht ausstellen, zumindest nicht bei den normalen Regeln. Ich weiß nicht, hier gibt es auch Rallycross, vielleicht sieht es da anders aus mit den Regeln. Oh, die Linkskurve, da war was. Geht so. Slow down? Was? Ich muss abbremsen, sonst kriege ich eine Strafe. Warum das denn? Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe abgekürzt. Ich wurde nicht geblitzt, das hätte ich mitgekriegt. Ich habe gerade in die Bremse gelatscht, ich habe gemerkt, dass sich das Pedal ein bisschen verschoben hat. Ich habe gerade auch irgendeinen Kling, was war das für ein Kling? Das muss so. Das ist auch irgendwo abgekürzt. Könnte sein. Oh nein, die Linkskurve. Wow, Penner. Ich glaube, du bist hinter, wer kann das sein? Äh, gleich wieder, wenn ich wieder an dem vorbei bin. Ha! Ich fahre jetzt ein bisschen umgekehrt. Wo schmeckt dir das? Wo schmeckt dir das? Die Kamera ist sehr weit rechts und ich muss dann links gucken, weil er irgendwie die Kamera sehr komisch zentriert hat. Könntest du jetzt da auf eine Taste legen? Versuchen. Ah, Zeit verloren. Ich bin schöner umgedrefftet als du. Ich habe die Handbremse nicht belegt oder ich weiß nicht wo. Ich glaube, ich habe eine Runde, die zählte. Also mit Zeit und so. Hui. Den ersten Sektor fahre ich gut. Wo siehst du das? Weil er mir gesagt hat, das war gerade beste Split-Time bisher. Oh gut, dass du ausholst. Hast du Funk? Ja. Und mir sagt keiner was. Ja, weil du nicht so gut fährst. Kann das vielleicht sein, dass mein Funk auf einem anderen Headset ist? Das wäre lustig, aber... Könnte ich mir aber ein wenig hilfreich vorstellen. Das war, dass die quasi so Umgebungsgeräusche über den einen Lautsprecher und Headset ist separat, das du ein Cockpit simulieren kannst. Ich bin nur ein Sekunden hinter der Leeder. Sehe if you can force a mistake and squeeze through. Oh nein, René Wehrmann hat uns überholt. Mich haben alle überholt. Oh, das war gar nicht die letzte Runde. Ich dachte, das wäre die letzte Runde. Schade, habe ich nicht aufgepasst, dann hätte ich noch eine so versuchen können. So, dann hilft dir dein schweres Auto auch nichts mehr. Das war die Rache für den Start. Ich bin jetzt wieder fleißig Leute durch die Gegend schieben. Ich war schon wieder der schnellste Sektor 1. Es hilft allerdings nicht, wenn ich so scheiße fahre. Ich bin gerade da drin. Zu sehr auf dem Gas. Und zu sehr auf der Bremse. Ich glaube, ich mache das Manöver bei dem vor mir nochmal. Und ich mache das bei dem vor mir auch nochmal. Ich bin aber nah genug dran dafür. Kommt halt darauf an, wie ich aus dem Crash rauskomme. Ich habe es versucht. Hat es funktioniert? Du hast uns glaube ich beide drüber geschoben. Also dein zweiter Platz ist nicht. Also ich habe da vorbeifahren können, aber es war zu verlockend. Ich wollte über ihn rüber. Ich habe es. Pool short. So, also es war sehr unbequem so zu fahren. Done one online. Ja guck mal, dass ihr dir die Taste irgendwie belegt oder so. Ja. Sonst war es doch recht erfolgreich. Ja. Beste Runde. Keine. Habe ich jetzt gar nicht geguckt bei mir. 1,44. Oh, 1,38 war der Weltrekord. Mit meinem Auto hatte ich gesagt. Glaube ich. Gut. Okay. Ich mache mir ein Brot. Dann Ama. Okay. Okay. So. Und wenn es hier geht.